Wir gratulieren recht herzlich dem besten Österreicher Lehmawork, Ketema. Eine Zeit ist es geworden von 2 Stunden, 14 Minuten und 35 Sekunden. Wie gut können Sie mit dieser Zeit leben? Ich denke einmal sehr gut. Ja, ich war zwei Monate vorher im Trainingslager gewesen, im Hochtrainingslager in Kenia. Und mein Training war ganz toll. Und ja, normalerweise mein Ziel war unter 13, aber bis 38, es war gut gegangen. Aber nachdem ein bisschen gegen den Wind und wegen gegen den Wind, ich habe es nicht geschafft. Aber trotzdem, meine Zeit ist heute sehr gut. Ich bin zufrieden. Können Sie auch, wenn man sagt, im vergangenen Jahr, er hat auch in Linz gelaufen, da war es eine 2.16er Zeit? Ja, schon, meine voriges Jahr Zeit war es 2.16er, aber ich habe damals verletzt, ich habe große Schmerzen gehabt. Aber dieses Mal ist es besser geworden, große Tank. Und ich bin heute zwei Minuten schneller gelaufen und ich bin zufrieden. Die Europameisterschaft in Berlin kann damit auch kommen, weil das Limit, das haben Sie ganz klar heute unterboten. Inwieweit war ja das auch irgendwo ein Ziel? Ja, heute bin ich auch sehr glücklich und ich habe schon auch vor der Europameisterschaft die Limit geschafft. Das ist auch sehr gut für mich und sehr wichtig auch. Lassen Sie mal uns ein bisschen mitlaufen in diesen 42 Kilometern. Wie hart war es denn heute? Wie warm war es denn vor allem auch heute? Es war schon aber die letzten zwei Kilometer auf den Steinen. Es ist ein bisschen schwer und ich habe schon auch ein paar Sekunden verloren. Aber trotzdem ist es okay, nicht so schlecht. Ich habe noch Zeit. Und der Lehmann hat heute einen Grund ein bisschen zu feiern, oder? Ja, sicher, natürlich. Da wünschen wir alles Gute. Der Lehmann-Worker-Thema. Tolle Leistung des besten Österreichers heute.